Ob in Form einer Wurst, als High-Speed-Praline oder mit Tomatensuppe im Kuchenteil. Mit Schokolade stellt die Welt die verrücktesten Dinge an. Vier Länder, vier schokoladige Ideen. Unsere erste Schoko-Spezialität wird uns auf Jamaika serviert. Hier gibt es jeden Morgen Schokolade zum Frühstück, nämlich Kakao-Tee. Wir reisen nach Port Antonio an die Nordküste Jamaikas. Hier lebt Chucky mitten im paradiesischen Dschungel. Er will uns in die Geheimnisse der karibischen Schoko-Spezialität einweihen. Ich zeige euch, wie man echte jamaikanische Schokolade macht. Wenn der Schoko-Heißhunger ruft, muss Chucky nicht in den Supermarkt. Er fährt auf die Plantage seiner Tante. Die baut, wie viele andere Jamaikaner, selbst Kakao an. Zwar ist die Schokolade so immer griffbereit, aber um die 500 Gramm schweren Früchte aus der Baumkrone zu angeln, ist voller Körpereinsatz gefragt. Doch die Mühe lohnt sich. Das ist echte Schokolade. Als Kind habe ich die so gegessen. Ja, so kann man die auch essen. Nach Schokolade schmecken unverarbeitete Kakao-Früchte aber nicht, sondern eher wie Litchies. Roh sind die Früchte zwar ein beliebter Snack. Am liebsten brühen sich die Jamaikaner aber einen guten Tee daraus. Wenn wir morgens Schoko-Tee machen, weiß es das ganze Dorf. Der leckere Duft liegt überall in der Luft. Alle Nachbarn riechen es und wollen eine Tasse. Für den jamaikanischen Schoko-Tee müssen die Bohnen zunächst eine Woche in der Sonne trocknen. Denen macht Chucky dann für 20 Minuten Feuer unterm Hintern. Erst wenn sich die äußere Hülle schwarz färbt, sind die Bohnen fertig geröstet und bereit zum Schälen. Das geht am einfachsten, wenn sie noch gelöhnt heiß sind. Dann machst Du so. Einfach die Schale mit der Hand abknacken. Aber es ist super heiß. Du musst also ein echt harter Hund sein, so wie ich. Chucky wirft noch seine eigene Geheimzutat in den Mörser. Eine Muskatnuss für ein besonders würziges Schoko-Aroma. Wer es etwas süßer mag, kann auch Zimt nehmen. Dann stampft Chucky den Kakaobohnen-Gewürz-Mix. Das riecht so gut. Der Duft schießt mir direkt in die Nase. Und ich kann kaum noch abwarten, endlich meinen Schoko-Tee zu trinken. Das frische Kakaopulver gießt Chucky mit Wasser auf. Sein Tipp, damit der Schoko-Tee noch süßer und milder schmeckt, ein Schuss frische Kokosmilch. Und fertig ist der jamaikanische Frühstückstee. Das entspannt den gesamten Geist. Durch das Fett und die Textur hast du auch viel weniger Hunger und bist länger satt. Wer weiß, vielleicht ist Schokolade zum Frühstück also eine überraschend gute Diät-Alternative. Zu schmecken scheint es auf jeden Fall. Bei unserem nächsten Stopp wird ein bisschen gemogelt. Und es geht um die Wurst. Und zwar um eine Süße. Die Salame di Cioccolato. Wir sind zu Besuch in Rom und treffen Margarita und Camilla. Sie wollen uns zeigen, wie einfach man den italienischen Dessert-Klassiker zu Hause zubereiten kann. Der darf bei keinem Event fehlen. Man findet es zum Beispiel auf Volksfesten. Oder für Familien ist es auch gut. Weil es so einfach ist, kann man es gut mit Kindern zusammenzubereiten. Jeder mag Schokoladensalami. Kinder, Erwachsene. Es ist ja aus Schokolade. Und jeder mag Schokolade. Los geht es mit einem kleinen Akt der Zerstörung. Kekse bröseln. Mit den unterschiedlich großen Kekskrümeln wollen Margarita und Camilla später den Salami-Look täuschend echt imitieren. Damit die Kekskrümel und die Schokolade auch zusammenhalten, mischen Margarita und Camilla Eier, Zucker und zerlassene Butter zusammen. Für das gewisse Etwas hat Margarita noch einen Tipp. Wir geben noch zwei Teelöffel Rum dazu. Eigentlich kann man dafür jeden Likör verwenden. Auch Masala oder Limoncello. Und wenn man das für Kinder zubereitet, kann man auch Orangensaft oder Milch benutzen. Fehlt noch die Hauptzutat. In welcher Form diese im Teig landet, ist fast egal. Die einen fügen geschmolzene Blockschokolade dazu, die anderen rühren Kakaopulver ein. Wichtig ist nur die Konsistenz. Es bewegt sich nicht mehr. Es bleibt auf der Seite. Das hilft uns, es in die richtige Form zu bringen. Mit einem Backpapier formen Margarita und Camilla den Schoko-Klumpen in Wurstform. Gut verpackt, wandert der für einige Stunden in den Kühlschrank. Für den täuschend echten Salami-Look muss Margarita nur noch ein bisschen Puderzucker einklopfen. Und alles gut einschnüren. Es gibt auch unendliche Möglichkeiten, wie man die Schokoladensalami noch ein bisschen aufmotzen kann. Abgesehen vom grundsätzlichen Rezept mit Keksen und Schokolade, kann man auch Walnüsse und Pistazien dazugeben. Oder es mit weißer Schokolade machen. Oder Milchschokolade. Auch Espresso oder getrocknete Früchte sind möglich. Den Schokoladensalami-Zutaten sind also keine Grenzen gesetzt. Unsere nächste Schoko-Kreation präsentiert sich ganz ungeniert als Kalorienbombe. Der Black Magic Cake. Für den intensiven Schoko-Geschmack und den besonders dunklen Kuchenteig sorgen ziemlich ungewöhnliche Zutaten. In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri treffen wir Konditor Tyler Davis beim Einkaufen. Und was da so alles in seinem Korb landet, lässt uns staunen. Es gibt zwei Geheimzutaten für diesen Kuchen. Die eine ist Espresso und die andere? Tomatensuppe? In einem Schokokuchen? Wofür das gut sein soll, zeigen wir Ihnen gleich. Vier Länder, vier schokoladige Ideen. Als nächstes wollen wir dem Black Magic Cake auf die Spur kommen. Konditor Tyler zeigt uns, wie es geht. Für den Kuchenteig mischt er einfach erstmal alle Trockenzutaten zusammen. Kakao, Zucker, Salz, Mehl. Und die erste Geheimwaffe. Wenn Kakaopulver nicht schokoladig genug ist, etwas Espresso reingeben. Der Espresso mildert die Bitterstoffe des Kakaos und hebt die Süße hervor. Jetzt kommen noch Buttermilch, Vanilleextrakt und Eier in den Mix. Außerdem Pflanzenöl statt Butter. Denn das Rezept wurde in den USA während der großen Depression in den 30er Jahren entwickelt, als nicht alle Zutaten immer vorrätig waren. Das ist auch der Grund, warum Tomatensuppe in den Kuchenteig kommt. Sie haben die Tomatensuppe benutzt, weil es zu der Zeit schwer war, an Milch- und Eierprodukte zu kommen. Deshalb haben sie diese durch Tomatensuppe ersetzt. Das gibt dem Kuchen aber keinen komischen Tomatengeschmack, weil die Suppe leicht süß ist, gibt sie dem Ganzen einen süße Kick. Außerdem verstärkt die Suppe auch die dunkle Schokofarbe des Kuchenteigs. Wir sind gespannt. Doch erstmal stellt Tyler den Kuchen für eine Dreiviertelstunde in den Ofen. Um zu schauen, ob der Teig schon durch ist, hat Tyler einen Tipp. Die Mitte sollte beim Draufdrücken zurückspringen. Wenn der Teig nicht wieder hochkommt, ist die Mitte noch roh und er sollte wieder in den Ofen. Jetzt muss Tyler seinen Kuchen nur noch auftürmen. Abwechselnd eine Schicht Kuchen und eine Schicht Buttercreme. Er dekoriert noch den Kuchendeckel. Und fertig ist der Black Magic Cake. Durchgestylt ist der Kuchen nun. Aber wie schmeckt die Kreation aus Schokolade und Tomatensuppe? Unsere Testesserin wagt den Versuch. Der Schokoladengeschmack ist echt intensiv. Man würde nie auf Tomatensuppe kommen. Der pompöse Black Magic Cake hält also, was er verspricht. Unser nächstes Land serviert eine Praline. Die gilt im Geschäft eher als edel und teuer. Zu Hause kann man sie aber ganz einfach selbst zubereiten. Nama Choco. Das bedeutet so viel wie rohe Schokolade und schmeckt zart schmelzend wie Eiskonfekt. Holländische Händler bringen Schokolade zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert nach Japan. Heute ist Schokolade so beliebt, dass sich vor allem im Frühjahr alles um sie dreht. Von Natsumi und Sayori erfahren wir mehr darüber. Schokolade ist in Japan super beliebt. Ja, denke ich auch. Zum Beispiel zu Anlässen wie dem Valentinstag. Zu solchen Events kauft man viel Schokolade. Oder macht sie selbst. Für das Grundrezept von Nama Choco brauchen Sayori und Natsumi nur wenige Zutaten. Vor allem Tafelschokolade und Sahne. Was man zum Valentinstag schenkt, dafür gibt es übrigens genaue Kategorien. Die Freundesschokolade schenkt man als Zeichen der Freundschaft. Oder um Danke zu sagen. Die Liebesschokolade schenkt man jemandem, in den man verliebt ist. Normalerweise nur einer Person, als eine Art Liebesgeständnis. Und dann gibt es noch die sogenannte Pflichtschokolade, die man auch am Valentinstag verschenkt. Zum Beispiel Leuten, die einem oft geholfen haben. Oder seinem Vorgesetzten. Die ist allerdings eher nur so etwas wie eine Geste der Höflichkeit und des Respekts. In Japan gibt es eine ausgeprägte Schenk-Kultur. Kleine Geschenke und Souvenirs mitzubringen, gehört zum guten Ton. Für ihre heute aber ganz freiwillige Nama-Choco zerhacken Sayuri und Natsumi zuerst Block-Schokolade. Dann erhitzen sie Sahne und verrühren sie im Verhältnis 2 zu 1 mit den Schokostückchen. Den Schoko-Sahnemix müssen die zwei gut mischen, bis sich gerade eben alles aufgelöst hat. Zu lange dürfen sie die Creme allerdings auch nicht rühren. Denn dann trennt sich das Fett ab. Dann wandert die Nama-Choco in den Kühlschrank. Nach einigen Stunden ist die High-Speed-Praline ausgekühlt. Jetzt bestäuben sie Natsumi und Sayuri nur noch mit etwas Kakaopulver. Und können dann schon genießen. Es schmeckt gut. Es schmilzt, sobald man es in den Mund gibt. Das geht super schnell. Aber es ist so lecker. Ob als wohl einfachste Praline der Welt, als leckerer Frühstücks-Drink oder ungewöhnliches Dessert, mit Schokolade wird es anscheinend nie langweilig. Bis zum nächsten Mal.